er hat jetzt hier ein stealth bomber f117 bei absoluter windstille schaumwaffel an 4s an 3s wollen wir mal sehen ob die fliegt ja da brauchst du nicht fragen ist kein wind 3s ist natürlich ein bisschen zu ja roland schreit warum zurück neblig ist heute und absolut windstill schöne tiefflüge sauber sondern nebligistische Bis zum nächsten Mal.